Einen schönen guten Tag liebe Eisbären-Fans, herzlich willkommen zu einem weiteren Eisbären-Gespräch und zwar dem ersten mit unserer neuen Nummer 89, Colin Smith. Colin, wie geht's? Mittags gut. Das klingt ziemlich gut. Hey, du hast bereits ein bisschen Deutsch gelernt, du bist jetzt hier für drei Wochen. Wie liebst du es? Ich liebe es. Ich habe mich sehr überrascht, wie easy eine Transition es war. Obwohl, das erste Mal kommt, ist ein bisschen unkönnend, aber die Leute haben sehr gut, die Stadt haben sehr gut gemacht und ich bin sehr froh, mich zu spielen zu spielen. Du hast bereits ein Spiel gespielt und du hast mit Brendan Renfurt gespielt, mit denen du sehr gut kennst. Und es sah aus, als ob du nie eine Rolle gespielt hast, wie du die letzten 10 Jahre zusammen gespielt hast. Wie fühlst du das gleiche? Es war gut. Ich denke, mit dem größeren Eis für beide von uns, es war ein bisschen eine Transition, especially in der ersten Zeit. Aber wie du sagst, ich denke, wir haben ein bisschen Chemistik zusammen, mit denen wir zusammen spielen, mit denen wir zusammen spielen können. Es war so spannend, dass wir uns zusammen spielen können, wie wir hier spielen können. Ich hoffe, dass wir die nächsten paar Spiele nutzen können, und wir werden noch besser auf die regularische Saison weitergehen können. Du spielst jetzt mit Daniel Fischbuch in einer Linie. Du denkst, dass er auch deine Linie fitter? Ja, er ist ein sehr junger Spieler und kann den Puck sehr gut schießen. Ja, wie du das sagst, wir haben noch viele gute Spieler auf der Online-Saison. Es ist nur eine Rolle, um die zusammenarbeiten, die Chemistik zu finden. Und, wie ich sagte, wir haben hier richtig gearbeitet, um zu arbeiten zu diesen Champions League und der regularische Saison. Wir haben ein ziemlich schwieriges Turnier, gerade neben dem Kornrern. Wir werden zwei KHL-kunst spielen, und eine из Cech League-Team. Was erwähntest du von dem Tournament? Nicht wirklich sicher, aber ich denke, das ist gut. Es gibt uns eine Chance zu fokussieren auf uns selbst. Mit den verschiedenen Leagues gibt es uns ein bisschen ein Benchmark zu sehen, wo wir sind. Es ist early in der Saison, so es wird natürlich ein paar Lernen für beide Teams sein. Es ist eine gute Möglichkeit, zu spielen ein paar Hockey, drei Games und drei Nights. Es wird ein viel Spaß und hoffentlich können wir ein paar Positives moving forward. Ist es going to be tough, drei Games und drei Nights? Ja, ich denke so, aber es ist eine gute Möglichkeit, die Rüstung auszutauschen und zu entwickeln, wie ich gesagt, Chemistik mit dem Team. Und nach dieser Woche, wir werden hoffentlich ein guter Gefühl auf das Thema. Du hast vorhin gesagt, die Transition war ziemlich easy so far. Was erwähntest du, dass es ein bisschen schwieriger ist, als es jetzt ist? Ich denke, es ist einfach nicht so. Ich weiß, die Sprache, die Sprache und die Sprache und die Sprache. Ich bin noch ein bisschen auf der jüngeren Seite, also bin ich hier bei mir, und ich bin in eine andere Lande, aber ich bin wirklich glücklich, mit alles über Berlin. Ich bin wirklich glücklich, zu leben hier und sein Teil der Kultur, und natürlich sein Teil der Team und der Fanbase. Ich bin wirklich glücklich, und ich bin wirklich glücklich, dass ich hier bin. Das ist gut. Es klingt gar nicht so, dass es überhaupt keine Homesicktheit ist. Was ist dein Lieblingsplatz in Berlin so far? Mein Lieblingsplatz ist wahrscheinlich Vapianos. Ich mag das wirklich. und ich bin wirklich glücklich, aber ich bin wirklich glücklich. Colin, vielen Dank. Vielen Dank für die nächsten Spiele, und ich hoffe, dass du ein paar Gäste gewonnen hast. Danke. 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 Danke.